Das ist ein alter Saba-Fernsehschrank oder genauer gesagt, eigentlich ist es nur noch die Hülle eines alten Fernsehschrankes. Oben war früher mal der Fernseher und unten der Lautsprecher und mein Ziel ist es jetzt, daraus einen Barschrank zu bauen. Oben wäre dann die Ablage für Flaschen und Gläser und unten möchte ich wieder einen Lautsprecher einbauen und zwar einen Bluetooth-Lautsprecher, das man mit seinem Smartphone Musik streamen kann. Hier beziehe ich die alte Blende mit neuem Stoff und dahinter kommt dann mein Bluetooth-Lautsprecher. Und das Barfach bekommt eine Beleuchtung mit einem selbstklebenden LED-Leuchtstreifen. Die alten Schalter gibt es leider nicht mehr, aber die ersetze ich einfach durch Möbelknäufe, die super gut zum Stoff passen. Und auf den Boden der Ablage kommt noch eine Glasplatte. Und fertig ist der beleuchtete Barschrank, der jetzt auch wieder Musik spielen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.